Ah, wir werden jetzt erst wieder ansatz zu Foundation Ja, also langsam, nicht so wieder Damn, ich bin zu komisch auf, boah, was los Irgendwie ist das ganz komisch, oder? Kein Wurscht Dann sind wir jetzt dran gehören Und dann nix Ich bin zwar so ein bisschen schaurig am Motz und so Und ein bisschen ausprobiert Aber hier wird so nicht wirklich den Unterschied festgestellt Keine Ahnung, was ich da falsch war Oder was sich da überhaupt so was geändert hat Nicht was eingestellt, weil es mehr Milch produziert wird Und mehr Käse produziert wird Aber ich merke nicht wirklich, dass es mehr produziert wird Wir haben inzwischen ja 2 Käsereien Und 20 Milch Wie viel Momentan, wir haben ja schon noch 3 Äh Finger 3 Mop-Pätze damit Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich auch was gemacht für Weizen, was das mehr ist. Aber das funktioniert auch nicht so, wie ich das gerne mache. Das ist ganz komisch. Aber wenn das jetzt mal so einigermaßen dahin läuft, wenn wir jetzt dann langsam mal auf Weizen umsatteln, müssen wir das dann mal langsam machen. Dann läuft das so. Ich kann mir zwar nur eine Reihe an Milchwilfen dazu machen, aber ich finde es ein bisschen lustig. Oder? Das ist schon ein bisschen weird einfach. Ich frage halt einfach so, wenn es jemand weiß, funktioniert die Mods halt nur, wenn man einen neuen Weizen macht. Dann kann sie halt auch gar nicht mehr einstellen. Man kann ja nicht sagen, das ist an, das ist nicht an. Da ist ein bisschen auf mich. Also habe ich das an. Das ist ein bisschen was. Das ist ein bisschen zu sehen. Das ist ein bisschen. Aber man muss dann. Aber es schaut so aus der Ratzgruppe laufbar Ich habe ja hier die Ballen gemacht Einfach noch ein bisschen zu und dann sehen wir uns ja gleich was da so 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 Ein bisschen frisch von mir Ich weiß nicht irgendwie funktioniert das mit Brot aber irgendwie auch nicht Schon ganz komisch So So Was ist das Wenn es noch fährt wie es ausschaut So 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 Ich merke dass ich komplett ausgezoomt und ich kann noch nicht mehr über das ganze Ding perfekt rüberschauen Also wir haben jetzt noch ein paar Kühe dazu, vielleicht höchst du es. So, 3, 4, 5. 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 So, 4, 5. 2 3 4 2 3 4 2 3 4 Ich kann so ein Kuh hin so ein Kuh anzeige Das ist das was man dann nicht so hat Jetzt überlegt wie viele Kühe da schon unterwegs sind, war jetzt schon praktisch. Wir müssen jetzt ab und zu schauen, dass wir um die 100 Milch machen, weil sonst ist das ein bisschen död. Okay, so. Damals haben wir gekauft, ob wir das und das, oder? Kauft man auch das? Ich glaube, beide sind bescheidern. Lol, das ist nicht so. Ich kriegst du einfach nicht. Ich schwimmte einfach in den Berg. Finde ich auch gut. Okay. Wenn wir das so weit haben, müssen wir da sowieso hintermachen. Können wir da perfekt ausbauen können. Jetzt müssen wir da jetzt auch. Okay. Okay. Vielleicht kommen wir mal einen her. Jetzt kommt der Pro Kutzfelderlager her, weil sonst gibt da gar nichts. Die müssen wieder auf Mission geschickt werden. Ich habe dann einfach bessere Erfahrungen gemacht, wenn du das wieder wegschickst. Ich habe dann immer wieder Geld gerützt davon. Okay. 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 Mal andere Teilständer. Wie macht es das? Ich muss da benutzen einmal wieder weg. Ja, pizze. Die sind wir jetzt, wenn es Geld hat oder nicht. Das ist mir eigentlich egal. Die, die hier arbeiten, die Holzfäller, die sind sowieso dann noch temporär geworden. Weil, die sind ja nur dafür da, dass sie da etwas abbauen. Und da würde ja nichts mehr aufbauen an der Holz oder so. Das ist ja extra abgrenzt von den anderen, dass sie nicht irgendwie durch die rennen. Mit der schnappend ist, wenn man wieder lieber los kann. Okay. und das ist doch und jetzt guck mal ok ok das ist echt groß ich muss jetzt fast weiter aussuchen können dass das besser bewirtschaften kann aber wie man sieht wir haben das sehr gut zentralisiert unser Dorf wo es noch mal alles zu viel wo es auch noch mal alles zu viel trägt ich schaff mir nicht mehr das zum bewirtschaften da kommt noch einer dazu du gehst jetzt bloß darum dass sie das da sauber abarbeiten dass wir das da weg kommen damit wir dann mit dem Weizen und Brotproduktion besser da rein starten können ich möchte das dann ungefähr so machen wie so das sagt wenn wir noch extra kehren und so ok ich werde dann ich weiß nicht mehr wie ich es mache ich werde es so her machen ich weiß nicht mehr ob es hier ist ich weiß nicht mehr ob es hier ist so ich weiß nicht mehr ob es hier ist ich verstehe es ja nicht es macht ja für mich keinen Sinn so wirklich es ist schon ein bisschen wie es hier läuft da rein 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 weil wir da rein das und da rein keine Ahnung versteht das nicht mehr aber dass alles nicht mehr bis sie oder Das ist eine neue Welt Jetzt lassen wir jetzt mal Ich würde nicht unnötig mehr verbrauchen als wir müssen Ich habe eh schon so viel gemacht, dass wir das wieder haben Ich habe noch einen Zahn, ich brauche hier bloß Okay Ich weiß nicht, wo sind die da mehr Milch? Ja, oder? Jetzt haben wir schon 8 Rütter jetzt Eigentlich müsste man das schon fast nur mit Rütter machen 72, 78 Ich weiß aber, wie wir über 100 können wir mit der Milch Dass das wieder einigermaßen Sinn macht Das müssen wir jetzt so lassen 100? Ah ja, jetzt ist das 80 1 Da befinden wir noch 1 dazu 1 2 Und 1 Und 2 Ich möchte nicht zu wenig Milch haben. Man sieht mich struggernd, jetzt hat damit 100 Milch und 50 Käse noch. Obwohl wir 12 Käsereien haben und 20 Milchhöfe. Aber höchstwahrscheinlich werden wir noch eine Reihe auch nicht bauen müssen. Huh? No way. Wie ist denn die jetzt möglich, dass wir endlich wieder etwas Neues erforschen können? LOL Was haben wir da? Wo sind wir da? Ah, das andere. Jetzt können wir die da endlich erforschen. Wie lange haben wir mich da jetzt? 230 Monate haben erwarten müssen, dass wir weiter erforschen können oder was? Ich hätte nicht gedacht, dass wir da jemals noch ein neues Ding erforschen können. Eisen brauchen wir. Eisen ist ganz wichtig. Nicht mehr. Aber Eisen war trotzdem wichtig, wenn wir euch wieder am Lauf haben. Lustigerweise haben wir jetzt so viele Haushaltswaren. Kerzen könnten wir auch wahrscheinlich zum verschmeißen. Das ist unglaublich. Schaut es mir auch noch mal aus. Das ist so. Genau. Highlight aber. Hör mal das weg. Machen wir das weg. Machen wir das weg. Das ist mir egal. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Wein? Ich weiß noch ein Wein. Es ist 300 Wein. Ich würde Wein eigentlich glauben. Eigentlich verkaufen wir noch Wein oder nicht? Wir haben jetzt bei um die 100 Milch die ganze Zeit. Das ist ja praktisch. Ich würde einfach gehen wir wieder am Koffer und Kars einfach so. 200-300 Kars einfach im Lager. Ich würde einfach mal einfach nicht. Wenn du uns überlegst, wir haben wir die ganze Zeit um die 400 oder 500 Kleidung inzwischen. Ich denke mal, dass die da irgendwann so ausbauen werden, dass es noch bessere Kleidung gibt und so. Schaut doch. Da müssen wir nichts mehr. Dose Schäfer, dose Schäfer, dose Schäfer, dose Schäfer. Dose Schäfer. Und die Hand nicht fisch. Schau mal so. Zwar wie war. Weiter, weiter, weiter. Und das ist GG. Ihr braucht es nicht. Das ist einfach so. Viel richtiger Eindrücke. Diese wird schon geben. Da istmonきます! Irgendwas gibt's das.... Derne Mhm. Viele jumpischen Sonnenblatt und regulatory noch heard. Deshalb seht einen Whitney hin. Ich weiß jetzt einựt Ludwig Heike. Auf der Presse wird nochblem. Nein, ich probiere ich. cat tier Lauda fortunate spikes Ich weiss nicht ob noch 160 oder ob es gelangt ist. Siebten da oben muss man einschauen, soweit ich sowas wieder gehören. Die meisten in Kier haben. Ich glaube ich versprümmere, das habe ich eh bloß bauen wegen der Mission. Vielleicht reißt man diese noch mal ab. Und dann machen wir so so. Irgendwas. Das ist auch das Bär-Ding. Nur eindeutig noch, wo andere Pocken auch noch gut. Aber das ist schon sehr nice, dass der jetzt mal wieder Pocken kommt. Das sieht halt einfach aus. Ich weiß nicht, ich brauche eigentlich gar nicht nur wegen der Waffen oder so gehen. Weil ich krieg so viel Waffen. Wie kann es nicht verkaufen? Das ist ja das, was mich ein bisschen spürt. Das müsste man sagen, wenn man mit einbauen, dass du sagst, ich möchte Waffen kaufen. Aber es geht nicht nur, ich möchte Waffen, sondern ich möchte auch eine Speere kaufen. Zum Beispiel. Oder wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr sowas. Wir brauchen noch mehr Haben wir doch weiter gerade noch 10 kernern Amen. Okay, ich weiß nicht, dass ich jetzt langsam die Milch brauche. Ich baue den Mod ein, dass man es dreifache oder so an Dingen produziert, weil man es prozent nicht mehr annähernd ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in einer bestehenden Welt nicht geht. Sehr schade. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020